Tor für Frankfurt Chandler hat im Sechzehner viel Platz, lässt Alaba mit einem Haken aussteigen. Der Schuss des US-Amerikaners verunglückt komplett und landet auf der Brust von Fabian, der den Ball aus leichter Abseitsposition über die Linie drückt. Marco Jhonfe Fabian de la Mora, Stern 21. Juli 1989 in Guadalajara, Haliske, ist ein mexikanischer Fußballspieler. Der offensive Mittelfeldspieler steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag und spielt für die mexikanische Nationalmannschaft.